Papa, das Auslandsjahr, das ich in San Francisco verbringen soll. Was, du sollst ein Jahr bei deiner durchgeknallten Tante verbringen? Das wüsste ich aber. Das hat Mama schon vor Jahren mit Ja auch gemacht, Papa. Du hast Ja gesagt. Ich brauche diese Zeit, das ist sehr wichtig für mich. Hallo, Finn Wilke. Ja, von mir aus, dann ist er eben auf der Passagierliste. Aber er ist nicht in der Maschine gewesen. Papa. Wird doch wohl noch meinen eigenen Sohn erkennen. Tobias. Da können wir leider auch nichts machen. Ich lebe jetzt als Mädchen. Finn? Ich war schon immer ein Mädchen. Bloß gezwungen, im Körper eines Jungen zu leben. Du, wie ist das möglich, Froni? Erklär mir das mal. Ich schicke dir einen Sohn und bekomme meine Tochter zurück. Die machen dich fertig, aber das weißt du ja. Nein, alles okay mit Finn. Der hat ein bisschen Chat, ne? Ja. Ja, wenn er wieder da ist, ist, melde ich mich. Alles klar? Gut. Auf gar keinen Fall nenne ich dich. Helen, so möchte mein Kind zukünftig genannt werden. Beschreib mir doch mal deine Situation mit deinen Worten, Finn. Helen. Als ich klein war, da dachte ich, ich werde mal Frau. Mein Sohn will sich jetzt Brüste wachsen lassen. Ich meine, was soll ich da zu Sinnvolles sagen? Mir fehlt dazu irgendwie die weibliche Perspektive. Kennen Sie außer mir keine Frauen? Deine Tante hat was von deiner Mutter gesagt. Ist das deine Art, dich ihr nahe zu fühlen? Ist es das? Hast du dich auch nur einmal gefragt, wie ich mich damit fühle? Dass ein Mädchen bei jeder Gelegenheit anfangen loszuhören, ist nur ein Gerücht. Das ist echt nur eine Menge zu lernen. Ich weiß, es ist alles viel und neu für Sie, aber... Schauen Sie sich doch Ihr Kind an. Ich weiß nicht, was endlich gefahren ist. Aber du wirst sofort mit diesem Blödsinn aufhören. Willst du jetzt aber behaupten, dass er angeboren? Du bist ein Mädchen? Beweis es und zeig uns deine Tipp. Ausziehen! Mein Vater hatte recht. Es war einfach nur eine Phase, mir nicht. Untertitelung des ZDF, 2020